Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ach, ich muss euch was erzählen. Also, wie ihr ja schon dem Titel entnehmen könnt, dreht es sich um die lieben Behörden. Ich habe jetzt zwei Stunden damit verbracht, von einer Behörde zu anderen mich durchzutelefonieren, weil meine E-Mails, die werden angeblich nicht zugestellt und man bekommt keine Antwort oder es ist jemand im Urlaub oder oder oder. Also, ich bin aktuell dabei oder ich versuche, einen Zuschuss zu bekommen für die Privatschule und für die Fahrtkosten dahin. Das soll mein Ziel sein. Ansprechpartner für mich sollte das Jugendamt sein. Das Jugendamt sagt aber, es ist das Schulamt zuständig. Das Schulamt sagt aber, es ist das Jugendamt zuständig. Also, es ist eine Katastrophe. Das möchte ich euch mal sagen. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Behörden Wahnsinne erlebt. Das ist unglaublich. Und das hat mich auf die Idee gebracht, euch einfach auch mal kurz zu erzählen, welche Behörden ich schon aufgesucht habe oder überhaupt in welcher Reihenfolge. Also, es fing bei mir an, als allererstes, nachdem ich natürlich den Verdacht des Autismus bemerkt habe, bin ich zuerst zum Kinderarzt. Der hat mich in dem bestätigt, was meine Vermutung ist und sagte mir, ich müsste da mich an ein sozialpädagogisches Zentrum wenden oder einen Kinderpsychologen, der befähigt ist, solche Diagnostik durchzuführen. Da habe ich mir noch nichts Böses gedacht. Ja, dann geht kein Problem. Dann machst du einen Termin und dann können wir das da abklären lassen. So einfach war das nicht. Also, bei diesem SBZ, also diesem sozialpädagogischen Zentrum oder wie auch immer das sich genau betitelt, gab es zu dem Zeitpunkt eine Wartezeit von einem Jahr. Ein Jahr für ein Erstgespräch zur Diagnostik. Und da war auch mit Bitteln und Betteln und war nichts früher möglich. Also habe ich uns da angemeldet. Ich habe gedacht, es schadet ja auf keinen Fall und habe aber zeitgleich mehrere SBZs angeschrieben, angerufen und auch habe mir Psychologen rausgesucht oder Ärzte, die befähigt sind, diese Diagnostik durchzuführen. Und habe dann mit einer Wartezeit von, ich glaube es waren viereinhalb Monate, habe ich einen Termin bekommen für ein Erstgespräch bei einer psychologischen Praxis, Kinderpsychologischen Praxis. Und da hat dann auch die Diagnostik gestartet. Also die ganze Diagnostik mit allen Tests, mit Intelligenztests und Gesprächen und so weiter und so weiter, dauerte sieben Monate. Also vom Erstgespräch bis zur Diagnose waren es sieben Monate. Als ich die Diagnose hatte, hat sich vier oder fünf Tage später das erste SBZ gemeldet und hat mir einen Terminvorschlag zugesendet. Dieser war aber noch drei Monate in der Zukunft. Ich hatte jetzt aber die Diagnose schon und habe dann also alle Termine, die ich irgendwo angefragt habe, dann natürlich abgesagt, um auch Platz für die anderen zu machen. Also das war schon mal die erste Hürde. Die hatte jetzt noch nicht groß was mit Behörden zu tun, aber war schon mal der erste Schritt. Jetzt hatte ich die Diagnose schwarz auf weiß in der Hand. Und dann stellte ich mir natürlich die Frage, was soll ich jetzt tun? An wen muss ich mich wenden? Wie geht es weiter? Was kann ich machen? Und dann gibt es bei uns oder gab es bei uns, wir kommen aus dem Kreis Soest, gab es eine, das nennt sich ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung. Also dort kann man hingehen, einfach kostenlos und um sich beraten zu lassen, zu der Situation, in der man sich gerade befindet. Das habe ich zuerst gemacht. Und nachdem ich da angerufen habe, habe ich auch einen Termin bekommen, ich glaube innerhalb von 14 Tagen. Das war also ein super, super schnelles Handling. Ich bin da da hingefahren und hatte da auch eine ganz nette Dame, mit der ich da gesprochen habe. Die hat sich erst mal alles angehört, was bei uns so los war, um was es mir geht und so weiter. Und hat mich dann beraten oder mir gesagt, welche Schritte ich als nächstes gehen sollte. So und das habe ich mir quasi als so eine kleine To-Do-Liste aufgeschrieben. Dann habe ich die Trägerunabhängige Pflegeberatung angerufen. Die sitzt bei uns hier im Rathaus in der Stadt. Da habe ich angerufen. Die Dame ist zuständig für alles, was mit Pflegestufe und Pflegegeld zu tun hat. Das ist also auch eine unabhängige Pflegeberatung. Die ist da nicht mit irgendeinem da fest verkoppelt. Die hat mir erklärt, wie das ganze Prozedere läuft, wenn man Pflegegeld oder die Pflegestufe beantragen will. Das habe ich also mit der Dame dann vorgenommen, habe mich dann da angemeldet und da kam dann auch nach kurzer Zeit, das dauerte wirklich nicht lange, vielleicht drei, vier Wochen, kam dann also auch eine eine Dame ins Haus, die quasi dieses Pflege, ja Pflegegutachten oder die Begutachtung vorgenommen hat, ob wir ein Pflegegrad bekommen, Pflegegeld und so weiter und so weiter. Da das noch zu Zeiten von Corona war und ich glaube gerade auch irgendwie ein Lockdown oder ähnliches war, hat dieser Termin ohne das Kind stattgefunden. Also es wurde quasi in Abwesenheit begutachtet. Sie sagt, das ist aber auch gerade bei so kleinen Kindern, er war ja da noch oder gerade sechs geworden, würde das sowieso noch nicht so viel Aussagekraft haben, weil bei uns ist ja jetzt nicht eine körperliche Pflege notwendig, wo man wirklich gucken muss, muss er gebadet werden, gewickelt, gewaschen und so weiter. Aber es ist ja mehr emotional, geistig das Problem. Also war das mit diesem in Abwesenheit begutachten, sage ich mal, empfand ich jetzt nicht irgendwie als negativ oder als störend. Also das war der zweite Schritt, den wir gemacht haben. Parallel hatte mir die Dame bei dieser Erstberatung, wo ich war, bei dieser EUTB, also diese unabhängige Teilhabeberatung, gesagt, ganz wichtig auch Behindertenausweis beantragen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was sie gesagt hat, warum das so wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz, das habe ich gemacht und das musste ich beim Versorgungsamt beantragen. Das habe ich auch mit allen Unterlagen gemacht. Also die schicken dann einen Bogen zu. Da muss man dann auch noch mal ganz viel ausfüllen, muss glaube ich auch noch mal das Gutachten da in Kopie anheften. Das Ganze hat vom Antrag bis zur Zusendung des Schwerbehindertenausweises ungefähr vier Monate gedauert. Da hatte ich aber so jetzt ehrlich gesagt nichts mit zu tun. Ich habe einfach nur den Antrag gestellt. Dann kam noch mal einmal ein Brief zwischendrin. Ich glaube, da musste man von der Schweigepflicht entbinden oder irgendwas mit Datenschutz hatte das zu tun. Das hatte ich noch mal zurückgeschickt und dann ging das eigentlich alles problemlos und vollautomatisch. Parallel hatte ich mich ja um diese ganze Schulgeschichte gekümmert. Das heißt, wir hatten also schon dieses Aufnahmegespräch in der Schule. Wir hatten die Schuluntersuchung. Ich hatte mich schon um diese Privatschule gekümmert, die mir ja vorschwebte. Das lief also alles parallel, ich sage mal ohne großes Zutun der Behörden. Dann wiederum habe ich eine Autismustherapie beantragt, die wir auch, ich glaube, nach drei Monaten haben wir auch die Zusage bekommen, dass die übernommen und genehmigt wird. Dann habe ich ein Erstgespräch in einem Autismustherapiezentrum gehabt. Das war mit meinem Sohn zusammen. Also da war auch alles gut. Das Problem war dann nur, dass wir keinen Termin kriegen. Also keine Therapie startet, weil einfach keine Plätze da sind. Also wir haben jetzt die Zusage, wir haben alle schwarz auf weiß. Wir kriegen nur keinen Platz. Die Dame sagte mir auch, dass bevor er zur Schule kommt, noch einen Platz zu kriegen, ist aussichtslos. Dann hat man das nächste Problem. Diese Zusage der Autismustherapie ist nur gültig bis zum Eintritt, also bis zum Schuleintritt. Dann ist die quasi abgelaufen, weil dann ein neuer Träger zuständig ist. Das heißt, jetzt mussten wir zwischenzeitlich, obwohl wir überhaupt noch keine Therapie begonnen haben, schon wieder einen Antrag stellen auf Zusage einer Therapie für den Fall, dass wir einen Therapieplatz bekommen, wenn er dann schon in der Schule ist. Also das haben wir jetzt schon parallel wieder gemacht. Aber da habe ich jetzt noch keine Infos. Also da hat sich auch ehrlich gesagt diese ursprüngliche Autismustherapiestelle darum gekümmert. Die haben uns also ein Formular zugeschickt, was wir jetzt woanders einreichen müssen, um da weiter eine Zusage zu bekommen. Entschuldigt, wenn das ein bisschen raschelt, aber ich versuche immer nach chronologisch hier das in meinem Ordner so ein bisschen nachzuvollziehen, dass ich euch da jetzt auch keinen Quatsch erzähle. Dann habe ich, also diese Autismustherapie habe ich beantragt. Das nannte sich Antrag auf Leistung zur sozialen Teilhabe. Das ist geläuft bei uns über den Kreis. Wird wahrscheinlich bei euch auch Kreis statt. Auf jeden Fall beim Kreis kriegt man dazu eine Information, wo man das beantragen muss. Von der neuen Autismustherapie, die vielleicht irgendwann startet, wenn er in der Schule ist, haben wir also noch nichts wieder gehört. So, jetzt ist das große Thema mit der Schule. Ja, das große Thema mit der Schule ist, ist jetzt aktueller denn je. Achso, zum Pflegegeld eben noch. Das, das wollte ich eben noch sagen. Also man muss das dann auch bei der Krankenkasse einreichen. Wenn dieser Pflegegrad festgestellt wird, dann kriegt man Antrag oder muss man das Pflegegeld bei der Krankenkasse einreichen. Das ging bei uns alles wirklich auch innerhalb von vier Wochen, war das erste Pflegegeld quasi schon auf dem Konto. Das, das ging ruckzuck und ohne Probleme. Also das muss ich ehrlich sagen, da gab es überhaupt keine Schwierigkeiten. Das wollte ich eben nur noch mal am Rande erwähnt haben. So, jetzt haben wir dieses Schulgeld. Jetzt hat die Schulleiterin der Privatschule mir gesagt, ich sollte mich an das Jugendamt wenden, einen Antrag stellen auf Übernahme des Schulgeldes oder Zuschuss oder wie auch immer, ebenso der Fahrtkosten. Das habe ich auch gemacht per E-Mail. Nach vier Wochen habe ich dann mal nachgefragt, da ist diese E-Mail gar nicht angekommen. Also angeblich wurde das, wurde das da nicht bearbeitet, weil die das gar nicht erhalten haben. Dann habe ich es noch mal geschickt, parallel als ich die Dame am Telefon hatte, weil ich sicher gehen wollte, dass es auch ankommt und die E-Mail ist wieder nicht angekommen. Dann habe ich ihr erklärt, was in der E-Mail eigentlich drin steht und dann sagte sie mir, sie wäre sowieso nicht zuständig, das ist der Herr sowieso. Da habe ich gedacht, gut, dann schicke ich die E-Mail doch an den Herrn sowieso, was ich auch gemacht habe. Auch diese E-Mail kam nicht an. Ich weiß nicht, warum der Kreis meine E-Mails blockiert, weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls wieder anderthalb Wochen gewartet, es kam nichts, ich habe wieder versucht, den Herrn anzurufen. Irgendwann hatte ich dann heute Morgen das Glück, heute ist der 23.05.2022, habe ich das Glück gehabt, diesen Herrn ans Telefon zu bekommen. Habe ihm kurz geschildert, was mein Problem ist. Der wusste überhaupt nicht, was ich von ihm will. Das Erste, was er sagte, wir sind nicht zuständig. Da müssen Sie sich ans Schulamt wenden. Ich sage, das Schulamt sagt aber, Sie sind zuständig. Nein, das ist nicht richtig. Dann habe ich ihn so lange genervt, bis er gesagt hat, er telefoniert noch mal ein bisschen und so weiter und guckt mal, was er dafür nicht tun kann. Und in der Tat meldete er sich nach einer guten halben Stunde telefonisch zurück, um mir zu sagen, dass Sie nicht zuständig sind. Da ich das so jetzt nicht einfach akzeptiert habe, habe ich ihm noch mal ausdrücklich gesagt, dass das nicht sein kann. Also irgendeiner muss ja jetzt zuständig sein. Er fragte mich, wie der IQ ist und so weiter. Ich sage, was hat der IQ denn jetzt damit zu tun? Es geht hier um eine finanzielle Aufwandsentschädigung, die ich beantragen möchte. Ich sage, ich muss ja wissen, wo ich diesen Antrag zu stellen habe. Ja, Ende vom Lied war, er wollte sich jetzt noch mal kundig machen, ob er mir jetzt sagen kann, wer da zuständig ist und ob da überhaupt jemand zuständig ist und so nach dem Motto, wie ich überhaupt auf die Idee käme, dass irgendeiner jetzt da Geld zuzahlen würde. Das wäre ja nicht nötig und er könnte ja auch auf eine normale Schule gehen und so weiter und so weiter. Also das hat mich so eben aufgeregt, dass ich das jetzt einfach eben noch mal loswerden muss. Also ich warte jetzt. Ich habe mich noch mal an die Schulleiterin der Privatschule gewandt, weil die sich natürlich auch gerade mit diesen Behörden gut auskennt, weil die das natürlich öfter haben, dass Eltern irgendwas beantragen. Da habe ich jetzt eine E-Mail hingeschickt, die hat es auch schon gelesen. Vielleicht kriege ich da noch eine Rückmeldung, da würde ich euch auf den Stand halten, wie das jetzt weitergeht. Also so kann ich das jetzt nicht akzeptieren letztendlich. Ich habe auch noch mal bei dieser EU-TV, dieser allerersten Beratungsstelle, wo ich war, noch mal angerufen. Aber leider ist die Dame, mit der ich damals kommuniziert hatte, die mir sehr kompetent erschien, leider bis Mitte Juni im Urlaub. Also da komme ich jetzt nicht weiter. Da würde ich aber auf jeden Fall trotzdem noch mal anrufen, weil die auch noch mal wieder besser Bescheid wissen, wer da beim Kreis oder der Stadt oder wo auch immer zuständig ist. Dann geht es mir nachher ja auch immer noch um diese, um diesen Paragraf 35, den ich ja auch für ihn, ja, heißt, ich weiß nicht, ob es beantragen heißt oder das ist halt irgendwie ein Gutachten, glaube ich, zu Unterstützung. Also da bin ich jetzt noch nicht ganz, da muss sie mich noch mal ein bisschen schlauer machen, was genau das bedeutet. Ich möchte ja auch eine Schulbegleitung und so weiter. Das habe ich also alles quasi in diesen E-Mails formuliert gehabt, die ich ans Jugendamt geschickt habe. Dann kam ich auf die Idee, einfach diese E-Mails noch mal mit einer anderen E-Mail-Adresse zu schicken. Das habe ich heute Morgen gemacht und stellt euch vor, diese E-Mails sind angekommen. Also alle, mit denen ich bis jetzt beim Jugendamt kommuniziert hatte, haben jetzt von mir die E-Mail bekommen, die ich ja quasi vor zwei Monaten schon geschrieben habe. Und jetzt warte ich mal, ob irgendeiner sich zuständig fühlt. Wenn sich jetzt keiner meldet, würde ich mich in zwei Tagen noch mal dahinter hängen. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wer sich da meldet, was passiert und wie es am Ende ausgeht, ja. Und jetzt danke ich euch dafür, dass ich bei euch mal eben, ja, bei euch mal eben diesen Ärger ablassen konnte. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag, eine schöne Woche und verzweifelt nicht an den Behörden, ja. Ich bin ganz bei euch und lasst uns zusammenhalten, dann werden wir es schon schaffen. Ja, macht's gut!